hallo meine lieben freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu let's play gta san andreas ich steige auf mein motorrad und fahr zurück zum pleasure don'ts club ich bin jetzt nicht mehr 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 nächste mission mike torino hier sehen wir zum ersten mal meinen charakter Und einfach schau dich zurück und lass die Red Mist fallen. Hey, Hones, open deine Augen, dawg. Can't you see we're getting messed with here, Hones? Hey, Partner. T-Bone, look. It's Karl. Now, he's a real hero out there. Say. See? We're still good. What, are you about the stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they were just trying their luck. Mike. Mike. I've been trying to contact you. What? Oh, man. Who are you? Okay, just keep talking. Hey, Hones, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who is Mike? Man, they taking the Yate shipment and the van. And Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck are we going nowhere? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. All right. Let's jet. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear Seagulls. Mike can hear Gulls. Seagull? Shit, that could be anywhere in this tank. He can hear heavy machinery. Seagull? Heavy machinery? What is that? Building site? A landfield or something? There's a building site in Georgia. Because I'm powerful and gray. Es dauert nicht mehr lange. Dann sehen wir meinen absoluten Lieblingscharakter im Spiel zum allerersten Mal. Ich liebe Mike Torino. Der Typ ist so cool. Du sagst es, T-Bone. Oops. Sorry, Triaden. I don't mean to brag, don't mean to boast. But I'm a six-course meal and you're just burnt toast. Think I'm gonna ever give up. No, never, ever, ever, ever. Come on, you're just making noise. Listen how my- He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a Frank Defoe or something. Great. Oh, they must be down at the docks. Get to the docks in Easter Basin. Yo. Window, boy. Better believe I got tricks of my- Hey, we'll be there in a minute, Mike. Cause I'm powerful and gray. Shit. He says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks. But they do at the airport's freight depot. To the airport. RAPIDO. We're already there. The student that's like you, I've had one or maybe two, but the good ones disappear before I- Mike and their aircraft taking off and landing. Now I understand you have your reservations. Hey, don't worry, Mike, we're nearly there. But if we don't win these games, well, I think I've made it plain. What will happen if- Mike's cell phone battery's running low. There's the gate. And some dead security guards. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hit the transponder and the wipe. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it worked? Simple. The closer we get, the stronger the signal. The chance of the person will come again. You'll regret not giving in. Isn't understanding magic worth the cost? Oh, what, oh, what, oh, what? Unleash the magic, unleash the magic. We're not friends here after all. Our only interest in this business is singing catalog. Shit, there they are. What I'm suggesting is very simple. And since it's win-win on all scores, You only want to learn about the magic that you have stored. And as for me and all the others, We only want what we deserve. That our school will clinch the wind And my legacy will... Hey, man, come on, hurry up. About time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, güero. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, güero, we ain't torchin' nada. This is a setback, but doing 20 to life Is a little more than that. Confrande, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Natürlich. Ich brauch meine Schrotflinze. So, steigen Sie bitte in den Wagen, meine Herren. You don't see me fitting in. I'm sitting here alone. Right beside my shadow. Always on my own. If I could share my wildest dreams. Maybe they would see. I'm more than just a wallflower. There's so much... Halt, halt, halt. Oh, hab gedacht, das wäre eine Desert Eagle, aber das ist eine normale 9mm. Glaube ich. Okay, meine Herren, hauen wir ab. This is what you'll read. A laundry list of nothings. Not likely to succeed. A yearbook with blank pages. No one wants to sign a memory forgotten until the end of time. I'm invisible, 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 I'm trapped in the dish. Invisible, invisible, it's like I don't exist. I'm invisible, invisible, I'm invisible, I'm invisible, I'm trapped in the dish. Invisible, invisible, it's like I don't exist. Okay, da drüben ist das Pay and Spray. We just got the day to get ready. And there's only so much time to lose. Because tonight, yeah, we're here to party. So let's think of something fun to do. We don't know what's gonna happen. How long have you been working for Jizzy? I haven't seen you before. I just got into town last week. I've done a couple jobs here and there. Just got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is this? Man, just answer the fucking question. Look, man, Chief, I've been in Los Santos with my family, all right? Give me his wallet. What? Hey, get off. Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? All right, let's hit it up here. Hey, there's a dub in there. Better still be there when I check it. Shut the fuck up. Do you think you know you're an original? Your ideas are so funny that they're criminal. Oh, I want you just got the day to get ready. And there's only so much time to lose. Because tonight, yeah, we're here to party. So let's think of something fun to do. Ich stehe kein Risiko ein. Nicht, wenn ich so viel von der Mission geschafft habe. Aber ganz im Ernst, wie komme ich da runter? Ich muss wohl der Straße weiter folgen. Shake your tail, cause we're here to have a party tonight. Shake your tail, cause we're here to have a party tonight. Okay, Carl Johnson, you did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. Hey, get a cane. A very old pup. Oh, my God! Appreciate that. Thanks. Oh, my God. Don't stop. Meine armen Hände eh. Kurz speichern. Danke für die AK-Munition. So, auf zur ersten Mission bei Woozi. Scusi. Mountain Club Boys. Ich bin Johnson. Ich bin hier zu sehen Woozi. Ich arbeite mit ihm. Ja, genau hier. Du kennst von der Boss' Kurse? Kurse? Nein. Er ist blind. Blind? Aber wir waren gerade Fahrt in der Woche. Ja, ich weiß. Er ist mit unglaublich guten Fortunes. Und der Triad, der würde etwas für ihn tun? Wir nennen ihn unsere Glückwunsch. All right. Ich werde das in mind. Gut. Woozi! Hallo, Karl. Hey, was ist da, Woozi? Wie geht's? Wie geht's? Straight zu den Fads. Ich kann nicht mit Ihrer Hilfe, wenn ich mit Ihnen bin, über was ich bin und was ich mache. Und was ich mache. Ich werde mich wiederentwickeln. Ich bin der Boss von Mountain Club Boys. Schön, dass du dich kennenzulernen. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich werde mich überlegen. Ich werde mich überlegen. Ich werde mich überlegen. Auf der letzten TONG meeting. Ich komme mit mir. Und du kannst, wie wir die TRIADs machen, ohne zu schwer zu... ...unnecessary violence. Okay, okay. Ich werde mich überlegen. Okay, doki doki. Wir brauchen einen Rennen. Meinen hat ein bisschen Böden. Okay, nicht mehr. Geh raus, Punk! Alter, die Polizei steht direkt daneben. Und die interessieren sich einen Scheiß dafür. Okay, so was ist all das Talk-A-Biz? Einige kleine-time-Vietnamese-Gang haben seitens Probleme gemacht. Wir sind nicht sicher, warum sie jetzt keine Courage bekommen, aber ich bin nervös über die Situation. Wie bin ich in all das? Du bist ein Outsider. Musik in mir. Oh, 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 oh. I don't need to hear a crowd cheering out my name. I didn't ... Get the team out the fucking way! Am I tripping or what? Ja, den Rest ist ja eine Strecke gegenüber zu Fuß. I'm getting too old for DP. Interessant einen blinden Gangster zu haben. Oh, Kizzy. Natürlich. Oh, Mann. Woosie. Was hat dich so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die, die, low. Forgive me. I was too scared to fight. So I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! Then begins the fight against the Vietnamese. The Triads must have vengeance. Die, you motherfucking sons of whores! So wird's gemacht. Shit! Fuck! Shit! Pull the way. It's all a damn good. Shit! Verdammt, ich brauch nur etwas präzisere Waffe, ne? So. 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 es kommt sicherlich bald ein krankenwagen und belebt die wieder was die 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 Weeet! Scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Ha, da ist ein Steg! Das ist ein Steg! Mensch, ey! Hey, das ist nur ein Taxi! Oh, na und, ist das noch zu hoch? Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann muss ich denen wohl ein bisschen Respekt einbläuen So Ups, falsche Richtung Wow Wow! Versucht doch mich zu kriegen, ihr Lahmherzscher. Dämliche Vietnambesen. So, wir fahren neutralisiert. So, wir werden uns durchführen. Jetzt ist es Zeit für dich. Gott sei Dank, immer diese Fahrer. Scheiß Dreck. Das ist das Ende. Das war irgendwie anders geplant. Dieser Part war sowieso eine mittelschwere Katastrophe. Naja, egal. Alter. Ihr nervt ganz schön, wisst ihr das? So, nochmal schon ein bisschen AK-Munition abgegriffen. Und ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch jetzt meine Zuschauer zu haben. Liked das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Log-Symbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt. Macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war es für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.